Hallo. Hey du. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich auch. Also, was war denn jetzt so wichtig, dass ich so schnell kommen musste? Ich muss dir unbedingt was erzählen. Oh, ist der schön. Ich bin auch so glücklich. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das alles organisieren soll. Dann fangen wir einfach mal mit einer Liste an, wo alles draufsteht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oh Gott, ist das viel. Ich hab die Lösung.